Hallo allerseits, hier ist Laura, ihre Deutschlehrerin bei MusaLingua. Willkommen zurück zu unserer Serie mit Tipps und Tricks zur deutschen Grammatik. Heute gebe ich Ihnen ein paar simple, aber praktische Tricks, wie Sie die korrekte Satzstruktur im Deutschen finden. Los geht's! Der erste wichtige Punkt, den Sie nie vergessen sollten, wenn Sie einen deutschen Satz konstruieren, der Fokus sind die Verben. Denn generell ist die Satzstruktur im Deutschen, anders als in anderen Sprachen, ziemlich flexibel. Aber die Verpposition ist es nicht. Also ist mein erster Tipp, das konjugierte Verb steht immer auf Position 2. Das gilt für alle Aussagesätze. Also schauen wir uns ein Beispiel an. Du gehst heute mit deinen Freunden ins Kino. Das konjugierte Verb hier ist gehst. Es basiert auf dem Verb gehen und hat hier die Endung st, denn das Subjekt ist du, die zweite Person Singular. Sind Sie bereit, die Achterbahn der deutschen Satzstruktur zu betreten? Denn Sie können diesen Satz hin und her drehen. Zum Beispiel Heute gehst du mit deinen Freunden ins Kino. Oder Mit deinen Freunden gehst du heute ins Kino. Oder auch Ins Kino gehst du heute mit deinen Freunden. Jeder Satz legt den Fokus auf das Wort oder die Wortgruppe, die startet. Und sehen Sie, das Wort gehst ist immer auf Position 2. Achtung! Position 2 heißt nicht immer Wort 2. Das sehen Sie bei ins Kino. Wir trennen die Präposition ins und die lokale Information Kino natürlich nicht. Das heißt auch, das Personalpronomen, hier du, steht oft hinter dem Verb. Das ist für Sie am Anfang vielleicht komisch, aber für deutsche Muttersprachlein ist das ganz normal. Tipp Nummer 2. Eine Verbform hat zwei Teile, dann steht Teil 2 immer am Ende. Für diesen Tipp nutze ich einen Satz in der Verbform Perfekt. Es ist die Zeitform für Handlungen, die vorbei sind. In einem anderen Video erkläre ich Ihnen alle Details zur Zeitform Perfekt. Hier konzentrieren wir uns auf die Satzstruktur. Ein Leben ohne Kaffee ist unvorstellbar. Für mich zumindest. Also sage ich, ich trinke jeden Morgen Kaffee. Und natürlich, ich habe auch heute Morgen Kaffee getrunken. Sehen Sie, aus ich trinke wird im Perfekt ich habe getrunken. Anders als viele andere Sprachen trennt das brutale Deutsch, aber die zwei Verbteile. Habe, die konjugierte Verbform steht auf Position 2 und getrunken steht am Ende. Das gilt auch, wenn Sie sagen, heute Morgen habe ich auch Kaffee getrunken oder Kaffee habe ich auch heute Morgen getrunken. Das ist bei allen Verbformen mit zwei Teilen so. Wenn Sie ein Modalverb mit dem Infinitiv kombinieren, wenn Sie ein trennbares Verb haben oder im Futur. Tipp Nummer 3. In einem Nebensatz steht das konjugierte Verb am Ende. Ein Nebensatz beschreibt eine zweite Handlung und hat damit ein zweites Verb, das ein Extra zum Hauptsatz ist. Ein wichtiger Kontext ist hier der Grund, also die Antwort auf die Frage, warum. Hier nutzen wir den Konnektor, weil. Probieren wir es aus. Alex kann heute Abend nicht zu meiner Party kommen. Er schreibt gerade seine Masterarbeit. Jetzt verbinden wir die Sätze mit weil und bekommen. Alex kann heute Abend nicht zu meiner Party kommen, weil er gerade seine Masterarbeit schreibt. Interessant. Wir machen hier klar, dass Satz Nummer 2 nur ein Nebensatz ist und stellen das Verb, schreibt, ans Ende. Das gilt natürlich auch in der Vergangenheit. Alex konnte gestern Abend nicht zu meiner Party kommen. Er hat seine Masterarbeit geschrieben. Wir zu Alex konnte gestern Abend nicht zu meiner Party kommen, weil er seine Masterarbeit geschrieben hat. Die konjugierte Form hat, hat jetzt den wichtigen Job, den Satz zu beenden. Sie finden diese Regel wirklich kompliziert? Dann habe ich gute Nachrichten. Der letzte Tipp macht es viel einfacher, Nebensätze zu formulieren. Trick Nummer 4. Nutzen Sie die Macht des Naja. Dieser Trick ist besonders wichtig für alle Anfänger, die noch Probleme mit der Satzstruktur haben. Wenn Sie sich nicht sicher fühlen, wie ein Wirbelwind, alle Wörter zu mischen, dann nutzen Sie die Macht des Naja. Naja ist einfach ein Füllwort. Normalerweise nutzen wir es, wenn wir beim Sprechen mehr Zeit brauchen. Aha, das ist also genau das, was auch wir brauchen. Das Gute ist, es startet den Satz neu. Also folgt alles der normalen Ordnung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Anstatt zu sagen, ich lerne Deutsch, weil ich die Sprache so schön finde, können Sie sagen, ich lerne Deutsch, weil, naja, ich finde die Sprache so schön. Sehen Sie, im zweiten Beispiel nutzen wir nach dem Komma die normale Struktur. Ich finde die Sprache so schön. Also, die Satzstruktur ist keine Entschuldigung, nicht zu sprechen. Das ist, wie immer, der wichtigste Tipp. Sprechen Sie so früh wie möglich, auch wenn Ihre Sätze nicht immer zu 100% korrekt sind. Und das ist schon alles für heute. Ich hoffe, die Tipps helfen Ihnen, ein Licht am Ende des Satzstruktur-Tunnels zu sehen. Und jetzt werfen Sie die Teile eines deutschen Satzes hin und her wie einen Basketball. Aber bitte seien Sie nett zu den Verben. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!